Assassin's Creed wird mit NFTs auf die Vivi App kommen. Außerdem sehen wir eine neue Sparte von Comics mit einem sehr interessanten und auch bekannten Künstler. Außerdem schauen wir uns die beiden bevorstehenden Comic Drops nochmal ganz genau an von Marvel und wir schauen uns auch nochmal die Venomized Mighties an für das Craft Event. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Und ich würde sagen, wir starten an dieser Stelle rein mit Ubisoft bzw. Assassin's Creed. Diese sollen wohl jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen auf der Vivi App erscheinen, denn wir haben hier nämlich einen Post bekommen von Vivi, den wir uns mal vielleicht ganz kurz anschauen bzw. da gibt es eigentlich nicht wirklich viel zu sehen. Wir haben hier im Prinzip Ubisoft Vivi coming soon und wir haben hier oben einen Bogen drin. Denn Noah Sanchez, der unter anderem hier auch für Ubisoft spricht und hier im Prinzip Community Web 3 Ubisoft Manager ist, ist im Prinzip auch hier natürlich mit seiner Antwort genicht. Gerade unbedeutend mit seinen zwei Schwertern und dem Swingersmiley spricht das doch eigentlich schon ziemlich dafür, dass es hier sich um Assassin's Creed handelt. Ein weiterer möglicher Beweis ist zum Beispiel aber auch der Kommentar, der hier geliked wurde von Noah Sanchez und zwar nämlich Go Vivi, Go Assassin's Creed Swingersmiley. Das ist für mich persönlich auch wieder nochmal eine Confirmation, dass es hier wahrscheinlich wirklich um Assassin's Creed geht und um kein anderes Spiel. Was außerdem dafür spricht, dass es sich hier um Assassin's Creed handeln könnte, ist nämlich, dass hier tatsächlich auch ein neuer Teil rauskommen soll und zwar nämlich in 2024. In diesem Artikel wird hier gesprochen von Ende 2024. Es kann natürlich aber auch sein, dass das Ganze dementsprechend jetzt schon mal mit Marketing anläuft für Assassin's Creed, um dann natürlich Vivi und auch Assassin's Creed beides zu pushen, um dann natürlich auch dementsprechend so viel Geld wie möglich zu machen. Für die Leute, die jetzt vielleicht aber nicht wissen, was ist denn eigentlich Assassin's Creed? Assassin's Creed ist ein sehr bekanntes Spiel, was von vielen, vielen Leuten weltweit gespielt wird und daher liegt natürlich auch hier der Verdacht nahe, dass es eventuell mehr als nur Collectibles sein könnte mit Ubisoft, da sie ja eigentlich eine Firma sind, die Spiele produzieren. Daher hier auch zum Beispiel ein interessanter Tweet vom Vivi-Meister, der hier übersetzt getweetet hat, wenn ich mir das Interview mit Nicolas Puat, Hauptverantwortlicher des Ubisoft Blockchain Teams, durchlese, kann ich nur annehmen, dass Vivi-Ankündigungen etwas mit Blockchain Gaming zu tun hat. Sie arbeiten mit verschiedenen Partnern in verschiedenen Ketten zusammen, sehr interessant. Und da kann ich auf jeden Fall absolut nur zustimmen, das ist auf jeden Fall äußerst interessant und ich bin sehr gespannt, was hier sich entwickeln wird. Ich werde euch natürlich da draußen auf dem Laufenden halten, sobald wir zum Thema Gaming und Vivi und auch Ubisoft etwas Neues wissen. 24-7 Comics wird auf der Vivi-App erscheinen mit einer neuen Sparte von Comics und zwar nämlich von Evermind und diese sind hier unter anderem auch von einem Künstler produziert worden, der Daniel Wu Yansu heißt und dieser Künstler ist ziemlich bekannt, muss man sagen. Allein auf Twitter hat er knapp 300.000 Follower und auf Instagram dann sogar nochmal 1,6 Millionen Follower. Also auf jeden Fall kein Unbekannter in dem gesamten Space. Und dementsprechend würde ich sagen, schauen wir uns auch mal hier diese neue Sparte von Comics an, die tatsächlich auch schon relativ bald und zwar nämlich am 1. Mai droppen werden, um 17.000 deutscher Zeit und ich würde sagen, wir schauen uns das Gesamte mal an. Hier natürlich wie immer mit 5 Comic-Covern, die wir natürlich hier immer sehen werden, kommen, ankommen. Dann haben wir hier unten noch eine Rare, sowie Ultra-Rare und auch natürlich eine Secret-Rare und das Ganze ist hier in diesem Fall Digital, das heißt es wird hier auch nochmal eine physische Version geben. Der Listenpreis ist hier bei 7 Dollar und dann die Editionzahl bei gerade mal 3.800 Stück. Also auch sehr, sehr niedrig. Der zahlt hier mindestens ein MCP-Bit von 5.000 Punkten, wenn man hier daran teilnehmen möchte. Insgesamt ist das Ganze auf jeden Fall äußerst interessant, da wir hier jetzt neben Marvel und auch zum Beispiel den Tarzan Comics eine weitere Brand haben, die hier Comics auf der VW App releasen. Und das zeichnet so meiner Meinung nach auch so ein bisschen das Bild ab, wo es hingehen wird, dass nämlich auch viele Comic-Publisher auf die VW App kommen und dort im Prinzip ihre Comics releasen in digitaler Form und auf keinen anderen Plattformen mehr, einfach weil VW hier die attraktivste ist. Es wird außerdem auch noch ein Interview geben mit Daniel Wu und Sin Chen, beides auf jeden Fall Creator von Evermind. Das Interview selbst wird heute Abend bzw. bei uns dann morgen früh um 2 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Also auf jeden Fall keine Zeit, wo man jetzt vielleicht Bock hat, sich das Interview anzuschauen. Wenn da irgendwas Spannendes ist, dann werde ich euch auf jeden Fall das Ganze auch berichten in den nächsten VW News. Kommen wir zu den nächsten beiden Comic-Drops auf der VW App von Marvel und zwar mit Daredevil Hashtag 254 aus dem Jahre 1964. Startet das Ganze hier am 30. April, das heißt am Dienstag um 17. deutscher Zeit und wir werden hier die First Appearance auf Tidebird Mary sehen. Und das Ganze werden wir uns direkt auch natürlich mal anschauen. Wir haben hier natürlich wie immer 5 Cover. Das Ganze hier natürlich auch mit exklusiven Rare wie auch Ultra Covern. Und wir haben hier einen Listenpreis von 7 Gems, unter anderem eine Editionzahl von 5000 Stück. So wie immer. Für mich persönlich ist das auf jeden Fall kein Drop, den ich mitnehmen werde. Einfach auch aufgrund der Daten von GoCollect. Wenn wir uns das gesamte Thema anschauen, in der 9.8 gerade mal für 425 Dollar ist einfach nicht so viel. Und dementsprechend zeigt das auch hier die Nachfrage, ist relativ bescheiden. Kommen wir zum nächsten Comic und das ist X-Men Hashtag 53 aus dem Jahre 1991. Und das Ganze werden wir hier am 2. Mai, das heißt am Donnerstag um 17. deutscher Zeit sehen. Also es wird auch diese Woche wieder ziemlich voll mit Drops. Das Ganze wird natürlich wie immer hier auch eine exklusive Rare wie auch Ultra Cover haben. Die ich jetzt persönlich auch nicht allzu schlecht finde. Nichtsdestotrotz, der Listenpreis hier wird sich bei 7 Gems belaufen. Wir werden außerdem hier eine Editionzahl von 5000 Stück haben. Und die First Appearance auf Onslaught haben. Das Ganze für mich persönlich auch wieder kein Drop, den ich mitnehmen werde. Einfach auch aufgrund hier der GoCollect Daten. Diese sind nämlich auch hier nicht allzu gut. Eine 9.8 gerade mal für 100 Dollar. Auch wenn es hier insgesamt 512 Grades hat, ist es einfach nicht so viel. Und dementsprechend für mich auch an dieser Stelle hier ein Skip. Kommen wir nun zu den Marvel Mighties. Denn ab heute ist es dann möglich, auch hier die Venomized Mighties zu machen. Und dementsprechend wird das Ganze auf jeden Fall sehr interessant. Das Ganze wird heute um 17. deutscher Zeit droppen. Am 28. April. Und dementsprechend kann man dann heute das gesamte craften. Und ich würde sagen, wir schauen uns einmal an, wie die dann eigentlich aussehen. Der Feigen wird nochmal einen Craftingpreis von 15 Gems haben. Und eine Editionzahl von maximal 2000 Stück. Schauen wir uns mal die weiteren Editions an. Hier haben wir nochmal Scarlet Witch. Wir haben dann natürlich auch noch den Beast Venomized, den ich persönlich auch sehr, sehr cool finde. Wir haben hier unten dann einmal Storm als Venomized-Charakter. Der finde ich auch sehr, sehr cool, muss ich sagen. Dann haben wir noch den Blob. Dann haben wir noch den Iron Man, den ich persönlich auch sehr, sehr cool finde, muss ich sagen. Also auch hier auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr, sehr coole Arbeit geleistet. Etwas, was wirklich anders ist meiner Meinung nach. Dann haben wir natürlich hier noch Hawkeye. Wir haben natürlich aber auch noch Magneto. Und das war es dann tatsächlich auch schon insgesamt. Denn es sind ja acht Mighties, die wir jetzt hier sehen werden, die ihr Venomizeden könnt. Mit dem Symbionten, der ja heute um 17.00 Uhr in deutscher Zeit droppen wird. Und daher wünsche ich euch auf jeden Fall hier viel Glück. Vielleicht bekommt ihr eine gute MINT. Und ich bin auf jeden Fall noch sehr gespannt, wie Venom und auch Carnage sich hier entwickeln werden. Wir haben derzeit noch keine Previews von den Collectibles selbst. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommen wird. Und ansonsten war es das jetzt an dieser Stelle auch mit dem gesamten Video heute etwas länger. Mit sehr viel Information. Ich hoffe trotzdem, euch hat es da draußen auf jeden Fall gefallen. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittagunabend. Und bis dahin, euer Captain. Ciao, ciao.